Musik Es war ein warmes Wochenende in der Landeshauptstadt, Saarbrückenschauplatz des Christopher Street Day im Saarlur Lux Raum. Doch was wird am CSD eigentlich gefeiert? Die Geschichte. Am 27. Juni 1969 wollten sie Schwule und Lesben nicht länger verstecken. Sie demonstrierten zum ersten Mal in der Christopher Street in New York gegen die staatliche Willkür und die gewaltsamen Übergriffe der Polizei, denen sie täglich ausgesetzt waren. Seitdem wird der Christopher Street Day jedes Jahr gefeiert. Millionen Homosexuelle gehen dann für ihre Rechte auf die Straße und würdigen ihren Feiertag mit bunten Paraden. Und besonders in diesem Jahr gab es wegen dem gerade erlassenen Lebenspartnerschaftsgesetz einen wirklichen Grund zu feiern. Musik Wir haben ja dieses Jahr das Motto des CSD Saarlur Lux unter das Motto Polterabend gestellt, weil drei Tage später, am 1. August, halt eben die eingetragene Partnerschaft auch im Saarland möglich wird. Bei der Festlegung des Mottos wussten wir natürlich nicht, ob das eventuell ein Scherbenhaufen wird dieser Polterabend. Wir waren optimistisch und diesen Optimismus hat sie hat gesiegt und das werden wir heute auch ausgiebig feiern. Um 14 Uhr trafen sich die Teilnehmer vor der Staatskanzlei, um sich für die Parade aufzustellen. Stolz präsentierten sie ihre ausgefallenen und zum Teil selbst kreierten Kostüme. Bei so viel Ausgelassenheit und Selbstbewusstsein der Schwulen und Lesben ließen auch die neugierigen Blicke der Zuschauer nicht lange auf sich warten. Doch das störte die Hauptakteurin nicht im Geringsten. Im Gegenteil, sie zeigten noch mehr Haut, machten deutlich, was der CSD für sie bedeutet. Und bei solch einem kulturellen Mega-Event durfte natürlich auch die ausgefallene Prominenz nicht fehlen. Warum fahren wir mit, Elphi? Oh, um Spaß zu haben. Und es laufen so viele schöne, nette Pube da rum, da wollen wir mal am Offizier gucken, was hier abgeht. So. Und aus lauter Solidarität natürlich. Ja, wir sind ja jetzt so froh drum, dass die schwule Ehe durchgegangen ist. Und demnächst werden wir auf vielen Hochzeiten zu sehen sind. Und das macht uns so glücklich und das wollen wir heute einfach feiern. CSD ist eine feste Selbstdarstellung der Schwulen und Lesben. Gleichberechtigung für alle. Heirat, alles was dazugehört. Ganz allgemein wünsche ich zum CSD sagen, dass Lesben und Schwule einfach verdient haben, respektiert zu werden. Und deshalb bin ich auch als Heterosexueller hier. Um 15 Uhr ging es dann endlich los. Die schrillen Wagen zogen über die Kepplerstraße, Bahnhofsstraße und den St. Johannermarkt bis zum Tiblisser Platz, wo der Zug von einem Straßenfest empfangen wurde. Das tolle Wetter und die ausgelassene Stimmung zogen Schaulustige aus der ganzen Region an. Also total klasse. Überrascht war ich irgendwie. Wir hatten gar nichts davon gewusst. Wir sind gerade hergekommen. Zehn Minuten, ja. Ja, wirklich schön. Also Musik ist gut und die Leute sind recht lustig. Sie vermissen Wagen von der CDU, aber naja, vielleicht kommt sie irgendwann mal, vielleicht merken sie, dass man damit auch Stimmen fangen kann. Prima. Ich finde das also gut, dass sie in die Öffentlichkeit reingehen und sich zeigen und nicht so, wie es vor Jahren war, sich verstecken dann. Wunderschön. Wunderschön. Schöne Musik, schöne Leute. Wunderbar. Ja, echt supergeil. Also es ist eigentlich so ein kleiner, ein bisschen kleinerer Stil wie auf der Love Parade oder so, aber es ist echt geil. Absolut. Ich bin zum ersten Mal hier, mir gefällt es super gut. Ja, super. Gut gelaunt zog der Tross weiter. Die Feierlaune übertrug sich auf die Zuschauer und die wurden immer zahlreicher. Die Feierlaune übertrug sich auf die Zuschauer. Die Feierlaune übertrug sich auf die Zuschauer. Der CSD nicht nur eine Parade der guten Laune, denn gerade in diesem Jahr standen für Schwule und Lesben vor allem die gesellschaftlichen und politischen Ziele im Vordergrund. Ich komme ja eigentlich aus Köln und freue ja gerne auch die kleinen CSDs. Gerade in CDU-regierten Bundesländern ist es besonders wichtig, nachdem nun das Partnerschaftsgesetz ja durch die CDU blockiert worden ist. Im Saarland sieht es ja etwas anders aus. Hier kann man ja sogar, also auch wahrscheinlich auf Standesämtern heiraten. Aber ich bin sehr wütend und sehr sauer darüber, dass es in Bayern eben nur beim Notar geht. Und bin eigentlich der Meinung, dass die CDU endlich mal sagen sollte, dass sie uns einfach schrecklich, furchtbar, abartig, widerlich findet. Und dass sie deswegen uns keine Partnerschaft und kein Partnerschaftsgesetz gestatten will. Das wäre wenigstens ehrlich, anstatt sich immer auf die Verfassung zu berufen. Es war die Gelegenheit für alle Schwule und Lesben, um auf die Pauke zu hauen und lautstark für ihre rechtliche Gleichstellung zu kämpfen. Denn alle Teilnehmer des CSD verbindet ein gemeinsames Ziel. Befreiung, alle haben Spaß und vor allem die Leute kämpfen für die eingetragene Partnerschaft. Und das, was hier im Moment läuft, das wäre vor zehn Jahren eigentlich undenkbar gewesen, finde ich mal. Finde ich super gut und ich fände es noch klasse, wenn mehr Wagen dabei wären, ein bisschen lautere Musik, noch ein bisschen mehr Stimmung. Aber das kommt vielleicht noch. Und das ließen sich die Feiernde nicht zweimal sagen. Auf dem Weg zum Zielort, dem Tiblisser Platz, erreichte die Stimmung ihren Höhepunkt. Die Straßen waren vollgestopft mit singenden und tanzenden Menschen. Die Straßen waren vollgestopft mit singenden Menschen. Die Straßen waren vollgestopft mit singenden Menschen. Wo der Tiblisser Platz vor dem Staatstheater erreicht wurde. Doch das bedeutete noch lange nicht das Ende des CSD. Dem Tag der Toleranz, hoffentlich auch in Zukunft. Also ich denke, zuerst mal wird ganz wichtig sein, dass die Bevölkerung insgesamt dies akzeptiert. Die ersten Umfragen dazu sind ja eigentlich ganz positiv. Aber jeder von uns weiß, Vorurteile stecken sehr, sehr tief im Hinterkopf. Das ist ja nicht eine intellektuelle Frage, das ist eine Gefühlsfrage. Und ich denke, daran muss noch viel gearbeitet werden. Ich denke auch, dass es im Sinne der Diskussion eines Antidiskriminierungsgesetzes weitergehen muss. Das heißt, es gibt noch genug zu tun. Aber ich denke, heute kann man sich einfach auch freuen, dass dieser Schritt für die Gleichberechtigung gemacht worden ist. Am letzten Wochenende haben zahlreiche Besucher an der Strecke bewiesen, dass ein endgültiger Schritt in Richtung Gleichberechtigung längst möglich ist. Im nächsten Jahr wird die Parade wohl noch ein bisschen bunter und schriller. Und es werden wohl einige Ehepaare mitfeiern, also nicht verpassen.